Guten Morgen aus dem Hafen von Puerto Rico. Ja, mit dem Schiff hinter mir gehen wir jetzt gleich auf Delfintour. Da wollen wir mal sehen, ob wir auf dem Meer so mal freilebende Delfine, vielleicht sogar Wale sehen können. Ja, wir freuen uns und gehen jetzt mal an Bord. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.